Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Vergangene Woche hat unser Wirtschaftsexperte Manfred Eibl die Öffnung des Einzelhandels in Bayern gefordert. Zuvor hatte ein bayerisches Gericht die sogenannte Corona-Regel aufgehoben. Supermärkte und Drogerien ist es seitdem erlaubt, nicht mehr nur Waren des täglichen Bedarfs, sondern wieder ihre gesamte Produktpalette anzubieten. Die Forderung Eibls hat in Medien und sozialen Netzwerken eine gewaltige Debatte losgetreten. Das Meinungsspektrum ist enorm. Die einen sagen, das sind doch wilde Versprechungen, ihr könnt doch noch gar nicht wissen, was Mitte Februar sein wird und wie die Infektionszahlen dann aussehen. Die anderen unterstützen uns und äußern, endlich spricht das mal jemand offen aus. Uns Händlern steht das Wasser längst bis zum Hals. Fakt aber ist, seit rund drei Wochen sinken die Inzidenzen deutschlandweit. Der harte Lockdown wirkt. Langsam aber stetig geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen und glücklicherweise auch der belegten Intensivbetten zurück. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid selbstständig. Ihr habt vielleicht einen kleinen Lottoladen oder verkauft Kinderspielzeuge oder Haushaltswaren. Seit Anfang Dezember dürft ihr euer Geschäft nicht mehr aufsperren. Eure Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, aber ihr müsst weiterhin Ladenmiete und Strom bezahlen. So wie immer. Es ist aber nicht wie immer. Das Weihnachtsgeschäft, das sonst etwa ein Viertel eures Jahresumsatzes ausmacht, war gleich null. Ihr habt keine Rücklagen mehr. Nachts kommt ihr kaum noch in den Schlaf. Die pure Existenzangst packt euch. Und dann kommt ein Gericht daher und sagt, Aldi, DM, Rossmann und Edeka dürfen in ihren Filialen genau die Waren verkaufen, die ihr verkauft. Ihr aber nicht. Ihr fragt die Politik, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist doch ungerecht, nicht akzeptabel. Bitte, wann gebt ihr mir endlich wieder eine Perspektive? Wann endet mein faktisches Berufsverbot? Wann können meine Mitarbeiter und ich endlich wieder hoffen, eine Zukunft zu haben? Da kann ich mich als verantwortungsbewusster Politiker nicht hinstellen und sagen, wartet ab. Vielleicht an Ostern, vielleicht am Pfingsten, vielleicht noch später. Nein. Wir brauchen jetzt eine Öffnungsperspektive für die bayerische Wirtschaft. Sofern die Zahlen weiterhin passen und das Infektionsrisiko auch mit Blick auf Virusmutationen kontrollierbar bleibt. Denn die bayerische Einzelhandel hat schon im ersten Lockdown gelitten und beklagt seitdem rund 70 Prozent an Umsatzeinbußen. Deshalb statten wir unsere Gesundheitsämter mit einer einheitlichen Software zur Kontaktverfolgung aus, ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona. Deshalb werden wir nicht müde, zu betonen, dass unsere Einzelhändler über ausgezeichnete Hygiene- und Abstandskonzepte verfügen. Deshalb setzen wir uns im Kabinett dafür ein, das Wirtschaftsleben möglichst bald wieder hochzufahren. Wer unseren Einzelhändlern weiterhin eine Öffnungsperspektive versagt, darf sich später über Masseninsolvenzen und verödete Innenstädten im Freistaat nicht wundern. Doch so weit dürfen, so weit werden wir Freien Wähler es nicht kommen lassen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion